Vielleicht wird das ja nur eine Bildprobe, oder vielleicht auch mal eben ganz was anderes. Man ist ja bei mir nie vor sicher, dass auch mal ganz was anderes kommt. Wollte gerade mal wieder ordentlich eine durchziehen und sehe dann wieder so ein Bild hier, wo sich mir immer die Frage aufdrängt, jedes Mal, warum ist auf Alkoholflaschen nicht eigentlich irgendwas Vergleichbares? Mir würden da so viele schöne Bilder einfallen. Zum Beispiel eine Bekannte, wie sie ja nicht mehr weiß, warum sie eine zerschlagene Fresse, Schulter und eine verlorene Brille und kein Fahrrad mehr hat, nachdem sie morgens zu Hause schon aufwacht, aber völlig im Arsch ist. Sie konnte das denn nur so rekonstruieren, dass sie wahrscheinlich betrunken aus der Kneipe mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte, dabei auf die Fresse gefallen ist, sich die Schulter gebrochen hat, die Brille verloren hat und auch das Fahrrad liegen gelassen hat und sich so irgendwie nach Hause geschleppt hat. So muss es gewesen sein. Und solche Personen sind dann häufig unterwegs und belehren anderen noch über die Gefahr von anderen Drogen. Also diese Bilder, die ich da im Kopf habe, die würden zum Beispiel auf jede Schnapsflasche gehören, in meinen Augen. Eigentlich schon auf jede Bierflasche. Aber es war ein ganz anderer Gedankengang am Rande. Warum, wenn schon das Nikotin aus den Zigaretten entfernt wurde, geht mal gucken bei Rothändler und Gitan, wie viel Nikotin da noch drin ist. Es gibt keine starken Zigaretten mehr. Aber man muss sich trotzdem angucken, dass die ganz starke Wirkungen angeblich haben. Ich glaube, Chemtrails haben eine viel schlimmere Wirkung als die Zigaretten. Naja, das ist wieder meine unmaßgebliche, persönliche Meinung. Oh, manche kennen mich ja schon. Drei, vier Leute kennen mich ja schon, die wissen, ich kann damit auch nicht hinterm Berg halten. Auch wenn das jetzt mit der Thematik eigentlich nicht so viel zu tun hat. Nur mit den grundsätzlichen Ungerechtigkeiten dieser Welt. Warum eben Rauchen ganz schlimm und gefährlich und verwerflich ist. Und für Alkohol darf ja bis heute im Fernsehen und im Kino und sonst wo geworben werden. Ohne dass da irgendwelche abschreckenden Bilder drauf sind. Pff, das ist also schon mal bezüglich der legalen Drogen eine Ungleichbehandlung. Mit den Illegalen wollen wir ja nicht erst anfangen. Das würde zu weit führen. Und auch völlig den Rahmen sprengen. Insofern... Verkaufen war das einfach erst mal als Bildtest. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das Licht jetzt hier gerade war. Also ich muss erst mal bevor ich doch wirklich weitermache, ich zieh nicht durch. Das ist mal zu gefährlich. Wenn er alles wegschmeißen muss, wäre ja schade drum. Hm. Tschüss Boom Peace.